Der Käsekuven ist eine Riesenproteinbombe. Es sind acht Eier drin, ein Kilo Magerquark und vierhundert Gramm Nüsse, also zweihundert Gramm Landeln und zweieinhalb Gramm Haselnüsse. Zusätzlich, früher hatte ich immer ein bisschen Sorge mit Süßungsmitteln. Ich verwende jetzt Zylit, Birkenzucker, das hat viele positive Eigenschaften sogar. Ist natürlich jetzt auch weiterverarbeitet, aber für die Zahngesundheit ist das top und auch für verschiedene andere Sachen. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, klick in den Kreis. Was hindert dich daran? Mach schon. Klick. Jetzt.